Geil! Das ist tot, Mann! Das ist ja tot! Habt ihr noch nie was von Respekt gehört? Hier ist gerade ein Mensch gestorben. Chill mal. Über auf der Welt stirbt jede Sekunde ein Mensch. 187 Personen gefragt. Keiner hat was gesehen. Interessiert auch niemanden. Einfach aus dem Blickfeld gehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt da was. Ich hab da was beobachtet. Der Tatort. Sonntag 20.15 im Ersten und 21.45 in One. Sonntag 21.55 im Ersten Sonntag 20. Frei Ocean Stylin Action 7-77 Tree 3 www.F najle finance inlasse.